Sozusagen als Wochenenddomizil, meinst du, ne? Ja, so als kleine Unterkunft. Ist zwar jetzt gar nicht so weit weg von unserem Zuhause eigentlich, aber... Können wir schon machen. Ich hab, glaube ich, aber tatsächlich... ...die ganzen Sachen gar nicht angezeigt. So. Oh, Moment. So. Gott! Ich seh's grad nicht. Ja, sehr schön. Ich war relativ gerade geworden. Hm. Ich bin erstaunt. Ich hab Trost. Hast du noch einen Schildkrötenpanzer einstecken? Ja. Ach, ich hab auch noch einen. Dann platziere ich hier gleich mal einen Wassersammler, ja? Ich mein, ich hab zwar Cola und so da, aber so ein Wassersammler ist doch besser. Soll ich den hier so hinstellen? Kannst du machen, glaube ich. Scha boi. Nein. Hey, jetzt regnet's ja eh grad. Das bietet sich grad mal an. Na, Wasserschlag hast du ja keinen, ne? Doch, aber ja. Ja. Das ist doch ganz anders drin. Weil wir warten, bis hell ist mit Bäumefällen. Dann können wir ja erstmal pennen gehen, oder so. Können wir noch nicht. Aber... Stimmt. Ja, aber schön, genau. Kack. Da wollen wir hier noch so ein kleines Wochenhänderpartner hin. Äh, ich friere. Schon. Mir ist kalt und ich bin nass. Die beiden Wassersacken treffen immer weiter zu. Baust du ein Feuer, um mich zu wärmen? Ich kann dich auch anders wärmen. Ich möchte bitte erfrieren. Ach, baust du das da oben hin, oder was? Da haben wir doch noch eins. Ach da, ach so. Ich kann mich da schon gar nicht mehr dran erinnern, ne? Müsst du was essen? Ne, ich bin eigentlich satt. Tatsächlich. Weil ich hab'n hab'. Ne, mach das doch für morgen früh dann erst. Ja, dann ist es schlecht. Das war jetzt schon kurz vorm Verderben. Ja, aber ich bin... Ja. Ach, fress einfach. Halt die Fresse und iss was auf den Tisch kommt. Das ist fast ein bisschen klein, oder? Ja, wobei... Man kann ja später mal anbauen. Stimmt, das ist ja bloß... fürs Wochenende. Guck mal die Schwäne. Ich mag Schwäne. Du willst hier bloß ein Haus bauen, um Schwannereien mit diesen Schwänen treiben zu können. Ja. So, du kannst doch essen. Hallo, ich bin... mehr als satt. Ich werd' noch fett hier wegen dir. Das ist nicht neu. Ne, ich kann nichts mehr essen, sagst du. Ich hätt' meinen Mist selber. Ja, iss deinen Mist selber. Ich hab' keinen Hunger. Hör. Hör. Du brauchst ja noch mal einen Kopf. Guck mal. Können wir jetzt schlafen? Ich hätte jetzt aber ganz ehrlich gesagt, noch ein kleines Dings rübergebaut. Das man ja jedes Mal übers hier... Übers Wasser müssen. Übers Wasser müssen. Übers Wasser müssen. So eine kleine Brücke. Ja, mach doch. Du musst einen eigenen Böden nennen, ne? Äh... Ja, ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Ähm... Da ist da ein eigener Boden. Du kannst eine Plattform machen. Rüber. Ja, hab schon gerade gemerkt. Müsste auch gehen. Baumbrücke. Oder eine Seilrutsche. Dann bauen wir uns hier noch ein Häuschen. Wenn die Nachbarn wieder nerven, können wir dann hier hingehen. Ne, mit der Plattform funktioniert doch wohl nicht so falsch. Vielleicht muss das andere Ding erst stehen. Aber ne, kann ich mir nicht vorstellen. Treppe. Oder eine Seilrutsche. Du nervst mich mit deiner Seilrutsche, weil da kann man ja aufs Rutsche stehen. Do you know? Das stimmt. Aber lustig wär's. Dann sind jedes Mal die Stämme im Wasser. Dann sind jedes Mal die Stämme im Wasser. Kacke. Und ich werde meine Seilrutsche kriegen. Ich mach alle Bäume weg, dass ihr keine Seilrutsche abkommt. Ich muss mich mehr haben. Wollen wir erst mal schlafen gehen? Ja. Nimm mal den Arsch beiseite. Komm rein, Alter. Alter. Morgen. 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 Ich komm raus. Nein. Jedes Mal dieselbe Kacke hier. Es ist immer nur die Plattform, wo ich nicht hochkomme. Wegen der Tropengesteller. Wegen der Tropengesteller. Ich komm echt nicht da drauf, ne? Ich komm gar noch so mehr hoch. So. Scheiße. Ich muss verhungern. Driften in den Falschen. Du bist so ein Assi. Ich komm nicht auf diese Plattform. Jetzt. Oh Mann, ey. Jetzt hab ich dir gerade was gefahren. Jetzt will ich nichts mehr. Du hast gesagt, es trifft nicht in den Falschen. Das hat mich schwer verletzt. In meinen Gefühlen. Welche Gefühle. Es ist... Wasser gibt's auch keinen hier. Wenn du willst, kannst du hier auf... Wenn du willst, kannst du hier einen frischen Hasen fressen. Ne, will ich nicht. Dann, ne? Verhorst du. Ich hab jetzt... Ich hab... So. Hast du ihn aufs Feuer geschmissen? Baut du noch deine Plattform erstmal fertig. Ich bin ja jetzt dafür. Platzier doch erstmal deine Plattform. Porms nationale. Falscht. Die Kettensäge ist echt so geil. Aua! Du hast mich getroffen. Entschuldigung. Ich bin einfach ein paar Minuten schon fast ganz erhölzamt, das wir brauchen. Oh, meine Kettensäge. Die Kettensäge ist leer. Ach, die Kettensäge bringen gar nichts. Ich bringe die nichts, ich verwalte einem sehr kalt Kuckuck. Ja, die bringen doch Stecker. Die sind ja scheiße. Die müssen erst noch wachsen. So. Nein. Die Kettensäge. Sagst du, ich kann nicht aufhören. Sagst du, ich kann nicht aufhören. Das macht so Spaß. Komm her. Nur noch den einen Baum. Wenn das Kreta hört. Ja, Kreta weiß ja auch nicht, wie es ist, hier auf einer einsamen Insel zu stranden. Mit nichts. Also nicht einsamen, sondern mit so komischen Menschen, die einen essen wollen. Die weiß gar nicht, wie hart das ist. Ach, fuck it. Ist dir das auch gerade passiert? Ja. Oh Gott, die Plattformen kommen vergessen hier. Warum? Weil ich die Bälle platziert habe. Ich versuche den Baumstamm zu retten. Ich versuche den Baumstamm zu retten. Ist sie fertig, ob sie gebraucht haben? Nein, ich habe sie neu gebaut. Geht aber nur bloß Stück für Stück, weißt du. Hm. Das ist ja nicht so tragisch. Wir haben Zeit. Hm. Das ist ja nicht so tragisch. Wir haben Zeit. Ja, also wie gesagt, Kreta weiß gar nicht, wie es ist, hier zu stranden, ja. Verzweifelt nach seinem Sohn zu suchen. Den mir alles liebt. Ja, genau. Und dann findet man halt durch zufällige Kettensäge und dann muss man irgendwo den Frust auch auslassen. Nee, es ist so viel Abstand. Kannst du nicht so eine, so eine Verbindung machen einfach? Habe ich versucht, aber das geht noch nicht. Also ich habe es nicht gekriegt. Achso, ich muss die Baumstimme erst fallen, dass man vielleicht irgendwas machen kann. Sehen, was du noch mal probieren könntest, wenn ich jetzt noch mal ein eigenes Fundament mache. Ja. Oder eigener Boden, oder so. Achso, das geht nicht. Ja, man muss dein eigenes Fundament machen. Was ist denn das alles? Passt schon. Noch ein bisschen schräg, aber hübsch. Nehmen wir so. Wo setze ich das jetzt an? Ah, nein! Ach. Oh Gott. Ja, genau das war jetzt auch mein Fundament. Ach, ja! Warum schiebst du dich immer weiter rüber? Ich versuche, dich wieder zurückzuschieben. Hier, kannst du nehmen? Ich versuche ihn, ja. Warte, ich hole mal den anderen noch. Oh. Das macht nix. Einmal mit Profis arbeiten. Ein Small. Ich hole, wir haben ja, den Zunuttern können wir aber nochmal mit der Kettensäge arbeiten. Ich finde den Ansatz nicht. Ach, hier. Ah. Bisschen versteckt. Ja. Nein. Also ein Baumstamm liegt hier. Nein. Oh, ist das ätzend. Nichts kennst du, nicht. Alles, das wird zum Kacken da. Nein. So, Moment. Jetzt muss ich erst mal den Ansatz wiederfinden. Ich... Wo ist denn der? Da. Das wird doof, so. Um einen Teil zu bauen. Du kannst den Kind erzählen. Nachhaltet die Fresse. Wir haben hier gerade schwerwiegende Probleme. Ach, jetzt rennt so ein Feuerhainz da rum. Huch! Hey, 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 Mädels. 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 Es ist aber. Mäuschen. Du landest klar auf dem Grill, wenn du jetzt aufwachst. Es geht's jetzt nicht. Vorsicht. Ja. Lass mich doch in Frieden, blöde Kuh. Wir wollen doch nur ihr Arbeiten. Eure Rohstoffe plündern. Aua! Wo ist denn der Feuerhainz? Da hinten ist er. Der leckt heute ein bisschen. Oh, ich treff nix. Oh, ich treff nix. Oh, ich treff nix. Oh, ich treff nix. Oh, sind die anstrengend. Leckt's heute bei dir auch so ein bisschen? Ein bisschen, ja. So. Headshots. Ist ein bisschen auch tot, ja, ne? Ja. Ich hab mal, ob er Headshots verdäht. Sag mal, der Vogel ist auch treu ist. Wie ich mir das Ding klauen wollte. Ich hab mal so ein paar von denen. Weil die stinken ja dann irgendwann, ne? Ja. Oder ich mach ein Feuer einfach nur. Ja, das geht auch. Ich find, wie der Punkt überhaupt nicht mehr. Na, gefeiert, ja. Na, gefeiert, ja. Fünfe brauchen wir noch. Ja, ja. Ich mach nur schnell, dass die Typsis nicht anfangen mit Möffeln, ja. Alter, der Vogel hat sich beim Bambi-Slam gerettet. Da ist noch einer. Wo ist eine andere her? Da ist einer. So, und hier ist einer. Müssten alle gewesen sein, oder? Nein, ich will doch nicht trinken. So, drei noch. Waren vier Stief, ne? Vier Eingeborene waren das, oder? Drei, ich glaube. Na, vier hab ich auf dem Feuer, also. Achso. Vier waren's Minimum. Endlich. Jetzt gibt's nächstes Problem, oder was? Ja. Okay. Sag's, ja. Ja, das wird lustig. Wo ist denn das? Na, siehst du ja vor uns. Vielleicht hätten wir die Plattform rüber zu unserem alten Ding machen sollen. Ich glaub's auch. Aber ich glaub, von da vorne kannst du das ansetzen. Von hier aus geht das schon mal nicht. Ja, selbst das nützt mir nur nicht viel. Weil ich muss auf das Dach. Und hab trotzdem keinen Ansatz. Doch, hier. Ne, hier nicht. Sag's, ja. Von wo aus soll man den bauen? Das ist lustig. Ne, ich weiß es wirklich nicht. Warte, ich glaub, ich hatte es gerade. Das ist doch doof. Sag's, kannst du das Ding einfach nochmal neu platzieren? Das ist jetzt zwar hart, aber bevor wir jetzt sehen, das mal hier anfangen zu suchen. Weil ich find's wirklich nicht. Weißt du, was ich mach? Doch, hier war, warte. Ne, ich hab's nicht. Ich hab jetzt zwar einen reingesetzt, aber ich weiß nicht, wo. Weißt du, was ich jetzt mach? Ich baue bis da drunter ne Treppe, dass die das dann nicht mehr so schön hat. Der Insider. Ja, notfalls reißen wir die dann wieder ab. Ja. Wobei, es ist ja auch wieder schwierig. Hast du die Knochen genommen? Die Treppe ist gesetzt. Hast du die Knochen genommen? Ne. Ja, dann sind sie disformed. Äh. So, wo hast du... Ja, und wo hast... Dann müssen wir trotzdem nicht, wo wir das bauen sollen. Na doch, wenn du dann weiter unten bist, wir das ran setzen können. Ja. Okay. Das stehen kann man, der Abstand wird zu groß sein. Mal überraschen lassen. Ja, ja. Da stehen uns jetzt noch genug Bäume. Kettensäge! Stringerschmann ist so, oder? Alter, ich bin so doof hier, das anzusetzen, ne? Oh, ich muss auch was... So. Ist das schon so? Wir rennen halt zu viel, glaub ich. Ein, zwei, drei, Test? Ja. Gut. Oh, jetzt kommt wieder was Großes. Ernsthaft jetzt. Hä? Nein! Du bist so böse. Ich such auch noch den Ansatzpunkt. Aber ich sag's ja, also... Baumeister, was... Warte, da war er grad. Er hat's mich weggeschoben. Ja, nu? Musst du das Ding trotzdem wegreißen? Ist das dir? Nee, wir wollen nicht. Das funktioniert aber nicht, weil wir jetzt... Nein! Wir müssen jetzt von da vorn ausbauen, und das geht halt nicht. Günst mir nicht. Lass jetzt mal den Baumstamm hin. Den hab ich sie genommen. Hier. Ich sag's dir, du musst das Ding wegreißen. Nimmst du alles nichts. Das darf. Dann machst du es nächstes. Nee, nee, mach du mal. Nee, nee. Nee, sag's, du mach mal. Du kannst das schon. Hier ist der Punkt. Ich find's. Bein zwei sind ja schon gesetzt. Ich hab doch kein Geschick, ja. Hast du wohl. Du kriegst das hin. Nur für mich nicht. Das sind schon wieder alle. Was ist denn da los? Spannungsgeladene 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 Kampf ums Überleben. Da kann man nicht immer so Rücksicht aufs Schönen nehmen und so. Sagt diejenigen, die in 3. Etage bei uns aufs Ding setzen wollt. Ja, angemessen. Nee, bei Forest ist es aber mit dem Bauen generell so ein bisschen knüffelig, sag ich mal. Können wir denn eigentlich wieder schlafen gehen? Müssten wir gleich, ja. Aber ich muss sagen, du machst das echt schön. Na? Ich bin schon den ganzen Tag zugucken. Ich glaub dir. Was denn? Nix. Äh, ach jo. Ne, wir können auch nicht schlafen. Fällt mir viel? Ne, weniger als ein Viertel. Boah. Das komplizierteste daran ist hier die Dinger einzusetzen, hab ich das Gefühl. was für den Kindern sind? Wh, was denn Leben ist hier als Dumm? Was denn? Was denn02? Das ist der Sachse im Freier Wildbau. Bist du gerade runtergefallen? Sachse, redest du noch mit mir? Machst denn du? Du bist gerade runtergefallen, oder? Fahne ich so? Ja. Sachse? Ja. Ah, okay. Bist du noch da? Ja. Ich weiß, welche Korde ist, du kommst auf Winterszellentwurf. Nee. Doch. Nee. Doch. Sagst du, wir können jetzt gleich schlafen. Kommst du? Klar, ich muss mich ganz kurz aufwärmen. Mir ist kalt und ich bin nass. Komm ins Heierbettchen. Bin ich. Ich weiß schon. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich muss mal einen Schluck Cola trinken. Oh, ich bin so doof. Gut, dass ich jetzt Eiskaffee habe. Jetzt hat sie ihren Kaffee vergessen. Lecker. Aua. Jetzt hat sie kalten Kaffee. Aber hier, die Schildkröten-Dinger, wir haben gar keine Wirkung. Nee. Ich hab's auch schon gemerkt. War hier nicht irgendwo ein Fluss in der Nähe, wo man mit einem Kochtopf nur zweites Wasser holen kann? Das kannst du doch hier aus dem See und nehmen. Das ist ganz schön clever. Also manchmal fragst du mich echt. Wo ist denn der Kochtopf? Wo ist denn der Kaffee? Hast du gar kein mehr? Ach so, ich hab sogar 100% schmutziges Wasser da drin. Du siehst ja. Dann koch ich uns mal hier ein bisschen Wasser ab, ja? Oh, ich hab mittlerweile mal einen Steg drauf gelegt. Weißt du auch was? Ich hab grad gegessen. Ich hab vom Trockengestell gegessen. Ich hab das noch nicht gesehen. Ich hab' das noch nicht gesehen. Ich hab' das noch nicht gesehen. Soll ich die A-Wasser abkochen? Ich hab noch Vollwasser. Ich hab aus meinem Beutel was getrunken. Alles klar. Dann ist ja gut. Oh, hallo. Guten Tag. Ein Frühstück kommt. Wissen Sie was, ich hab grad gar keine Zeit für Sie. Schlimmer wie die Zeugen Jehovas. Komm, die Zeugen Jehovas sind gar nicht so schlimm. Wir sind sehr nette Menschen, haben die gesagt. Ich jetzt vor allen Dingen, weil ich einfach die Tür nicht mehr aufmache. Wir müssen mal mehr Pizza bestellen und denken, dass es der Pizzaboot ist. Das wird mir nie wieder passieren. Die haben sich doch gefreut. Natürlich haben die sich gefreut. Die haben ja gedacht, der Pizzaleferant ist mein Freund. Wahrscheinlich, weil ich ihn so selig angelächelt hab. Weil das so oft da ist. Ne, ne. Das ist immer ein anderer. Das finde ich wieder die Ansätze nicht hier. Ja. 86 Stück. Die fühlen sich, glaub ich, ein bisschen gemobbt von uns. Ja. Die Eingeborenen. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Die schlendern hier rum, weißt du. Und keiner redet mit denen. Also diesen Ansatz zu finden, ist echt irgendwie... Spielst du ein bisschen mit denen? Ja. Das ist nett von dir. Headshot. Haben wir keine Baumstimme mehr? Doch hier. Wir haben ja viele zumindest. Ja, nicht mehr viele. Das stimmt allerdings. Wir haben einen jetzt gefunden. Hammer! Aua! Nein! Hey, da ist mein Bruder. Aua! Bist du tot? Klein. Noch einen zum Spieltoppel an. Ja, würde ich gern. Alter, sind das viele. Wo hieß denn du? Auf dem Stein. Ja, ich sehe schon. Aua! Hey, Pippi. Oh, bitte nicht. Ich will, bitte nicht. Ich habe die Kettensäge. Das sind so viele, Sachse. Nimm die Kettensäge. Das geht am besten. Warte, ich kann dich von hier oben, glaube ich, wiederbeleben. Zack! Ach, danke. Komm herz nur hier hoch, sagst du. Ja, will ich. Ich heim mich erst mal. Headshot! Hey, Mäuschen! Genau da hat man okay Medikamente mit. Äh, warte, ich habe. Ach, ich habe noch. Ne, ich kann noch bauen. Ach so, okay. Ich hätte zur Not auch. War es denn jetzt vor Ruhe her oder was? Ist die ertrunken? Wo ist denn die hin? Gut. Ich bin ströming. Du denn, ich muss das nicht vor, ich bin zu. Ich bin an Person. Und ich muss ihm ihre Schraube und Suche umdachmanieren. Obwohl ist das nicht vor, ich bin zu. Ist die denn zu? Es ist die Прichern. Wir haben uns zu. Es war es nicht. Was war es nicht, ist meine Güte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020